Junge heute, ich nehm den nächsten Stuhl, Alter, und baller ihn auf dein Gesicht. Stuhl, ich will den Stuhl! Gib mir den scheiß Stuhl! Doch! Apo. Nein, ich möchte nur diesen Stuhl. Nein! Komm, einmal schaff ich dich schon rauszuhauen. Are you sure about that? Nein! Ja, sehr gut. Armin, hier wartet ein schöner Tisch für dich. Ich möchte das nicht. Billig, billig Tisch. Bitte nicht, hier ist so ne Gea. Nehmen den Tisch. Nehmen sie den Tisch an. Ein zweiter Tisch! Ja, war aber ziemlich lang aus, guck. Jetzt schon wieder. Alter, wahrscheinlich. Ja gut, das lassen wir lieber. Wir spielen lieber was anderes. Ah, okay, das sieht ganz gut aus. Du hast halt jetzt halt so ne Plattform, so ne Zielscheibe, und die musst du halt dann treffen. Okay, ich nehm das also und... Ja, okay. Ja, du kannst auch einfach schlagen und was für sich. Kann ich jetzt... Nope! Nope! Ah, nee! Hä? Ja, du musst auch treffen. Ja, aber ich... Hä? Das ist viel zu schwer! Ey, das ist... Nee, du musst einfach... Mein Freund, ich habe dazugelernt. Ich habe getroffen, aber ich habe mich umgebracht. Stop it! Get some help! Kai? Ich habe zu viel. Nee, Kai. Ich... Ich möchte das nicht. Nee! Ja! Oho! Hä, das ist schon... Der ist schon nice im Modus. Muss ich schon sagen. Oho! Wenn ich treffen würde. Oho! Wenn ich treff... Der ist immer so richtig reinmacht. Jajaja, klar. So muss das sein. Hauptsache irgendwie, die werden die Punkte gemacht. Oho! Ah, Jo! Simple Geometry! Treff ich? Man kann die auch in der Luft klauen. Wenn man... Achso, das haben wir ja letztes Mal probiert. Ah. Bombe! Okay... Fang! Ja, ja. Ich habe es nicht klar. Alter! Okay, ganz ruhig. Beach Brawl vielleicht? Beach Brawl, ja, okay. Beach Brawl, ja, okay. Ah! Ich glaube, das sind ein paar mehr. Oida! Ja. Ja, okay, aber das... Ich glaube, das ist geil. Nein! Für dich ist es vielleicht eher ungeil, weil ich weiß, wie man... Werfen soll. Ich auch. Guck, Tor! Ey! Ja, aber du weißt nicht... Ja, egal. Doch. Ja, Kai, ja. Oh! Ich sollte nicht copy werden. Das ist... Da ist wohl jemand... Überfordert. Kann das sein? Ja. 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 Ja, Kai. Ja, ich glaube nicht, Kai. Ja, wer ist jetzt... Wer ist jetzt am Arsch? Ne, Mann, Kai. Bei Werfen, da bin ich da. Da bin ich der Beste. Ja, Mann! Nein! Komm, komm. Komm, komm, wir müssen rein. Nein! Als ob... Okay, 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 okay. Was hast du gesagt? Okay, warte, ich bin noch Aufwärmphase. Ah, ja. Ja, ich habe ja noch eine Minute Zeit jetzt. Ey, okay, okay, Kai, das ist... Eine Minute Zeit, um zu verlieren. Oh, go, 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 go. Nein! Ja. Wichtig! Wichtig! Nein! Lass ihn selbst rein. Ja, ich muss... Ich brauch schnell die nächsten dann, weißt du? Das ist taktisch alles. Oh, ja, Mann! Oh, Armin! Oh, mein Gott! Nein! Doch! Doch! Nein, ich bin auf der falschen Seite! Aber warum? Ich bin ganz anders. Das wird knapp. Das wird sehr knapp. Das wird sehr knapp. Nein, die immer... Ey, diese tiefen Bälle. Wie geht der nicht rein? Nein! Ey, das ist uncool. Nein! Hä? Was? Unentschieden. Ich dachte, wenn ich Spielstütze abzülle... Dann, denke ich, haben wir noch geile Aufnahmen. Solange du aufnimmst. Kai, ich muss dir was sagen. Ich hab weder nicht... Kai. Kai. Ja. Ich hab bis jetzt aufgenommen.